Theoretisch müsstest du das ja merken, wenn du die B-Reihe fährst. Die dümmsten Bauern haben die dingsten Kartoffeln. Tja, ich weiß nicht. Warte mal, hebe mal einmal hoch und lass, ja, hebe mal einmal komplett hoch. Ja, warte. Ja, weil die Erde jetzt feucht ist, ne? Ja, und die ganze... Ja. Ja, die Biomasse ist enorm. Wahrscheinlich müsste man vorher mit dem Rasen beherren. Ja, so dann machen wir weiter, mal gucken. Weiter runter. Wieder auf Schwimstellung. Kette ist drin. эта ne? Ja, das ist drin. Tiefer können wir auch nicht, das ist alles muff. Das ist überhaupt eine Kartoffel. Da ist wieder eine. Eins, zwei, drei, hoch. Und dann gleich die nächste wieder rein. So, ich habe bewusst wieder hinten gekocht. So, ich habe jetzt noch mal eine. So, ich habe noch mal eine. Vielen Dank.